Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem dritten, dritten Reisevlog. Und in diesem Vlog werde ich euch ein paar Reise vorstellen. Und zwar haben wir zum einen mal den Milchreis. Der wird immer gerne mit Milch gegessen, deswegen heißt er auch Milchreis. Mit Zimt und Zucker, ein Traum. Dann Couscous. Dann schmeißt man in Wasser und lässt ihn quälen. So macht man den. Dann haben wir noch leckeren Paella-Reis. Was ist überhaupt Reis? Nein, das ist kein Reis, aber das ist immerhin mit Gewürz. Dann haben wir immer ein Paella-Reis-Pfanne-Gewürz. Immerhin. Ja, irgendwas müssen wir ja haben. Dann Jasmin-Reis. Also echter Thai. Man muss halt aufpassen, dass... Ja, man weiß gar nicht, worauf man aufpassen soll. Dass die Freundin nicht eifersüchtig wird. Wenn du sagst, oh, ich mach mir jetzt Jasmin-Heis. Ja, man muss da auch aufpassen. Dann Uncle Benz. Nicht geeignet für Spider-Man. Aber wäre sowieso Kannibalismus für ihn eher... Außerdem macht man das nicht seine eigene Familie essen. Das ist einfach unhygienisch und ekelhaft. Zum Schluss dann noch hier richtig schwarzen Reis. Müsste eigentlich hier reinkommen, denn Uncle Benz ist ja, wie wir alle sehen können, auch schwarz. Also ich verstehe nicht, warum die den extra abgepackt haben. Ja, einfach PR-Fehler ganz klar. Das müssen die nochmal neu machen. Da schreibe ich die mal an. Das war's schon mit dem Reiser-Vlog und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.